Hallo und herzlich willkommen zu The Left Behind. So, was haben wir denn hier? The all-new Colorado Experience. Coming Spring 2040. Hier, ich will mein Geld abheben hier. Ähm. Scheiße. Gibt's jetzt? Ähm. Wenn ich das jetzt aktiviere, dann passiert was. Irgendwo kommen Zombies und ich muss dann abhauen. Beste Dank, Militär. Geht das auch irgendwie an? Na, Rabe kommt. Stimmt's schon? Oh mein Gott. Wie geht's denn? Wie geht's denn? Oh mein Gott. Wie geht's denn? Oh mein Gott! Es ist ja kalt! Wir haben jetzt eine Station. Vielleicht hat er einen Fehler gemacht. Vielleicht war die Amputation zu spät. Ja, ich habe richtig gelesen. Vielleicht verwandelt er sich, wenn ich ihn nicht beobachte. Das Infektionsprotokoll, wir haben bei Officer Caulfield getan, was nottäglich war. Wie mache ich eigentlich etwas vor? Wir haben Larry ermordet, Alice hielt ihn am Boden und erschoss ihn wie einen raudigen Köter. Was steht da? Reudigen mit Ä. Rayding. Raudigen. Köter, seine Schreie gehen mir nicht aus dem Kopf. Regan, bitte! Ich habe immer noch Zeit. Tu das nicht, Alice. Was haben wir getan? Als wäre, wenn wir nicht einfach verschwinden. Äh, ne. Als wäre, wenn ich einfach verschwinde. Was, wenn ich mich einfach aus dem Staub mache? Tut mir leid, Alice. Regan. Und das? Und das? You gotta be kidding me. No boon intended. This oughter be good. Willy links. Und das ist. Und das ist. Wo haben wir denn die Bücher her? To get the other side. Puck, 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 puck. Oh no! Not an other one. No poon intended. Volume 2. These puns quack me up. Quack, quack. Das haben wir gerade gelesen. Oh, das haben wir gelesen. Irgendwo tauchen gleich die Zombies auf. Das kriegen wir wahrscheinlich nicht auf, weil wir keinen Strom haben. Genau. High voltage. Voltage. Das könnte ein Kampf werden. Wir haben nichts, oder? Nee, wir haben gute Gesundheit, ja. Wir haben nichts. Wir haben nichts. Wir haben nichts. Hallo? Niemand da. Wie war das normal? Ach, dahin geht's ja weiter. Ich glaub jetzt... Das nehmen wir schon mal. Mal. Ah, zum Glück ist das so. Maintenance Area Tourist Personal Area. Wir müssen das erste Mal... Benzin abzapfen. Und zwar von irgendeinem... Tank. Ich bin mir aber nicht mehr sicher wo. Vielleicht beim Cola Truck. Hier war... War hier was? Hm. Wo war das? Hm. Wo war das denn nochmal? Hm. 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 Wir sind eigentlich ganz gut durchgekommen. Und jetzt frag ich mich... Wo bekommen wir den Streibstoff her? Geht... Ach, hier können wir hoch. Nö. Hä? Wie ging's nochmal weiter? Ja. Und vielleicht kommen wir ja von da oben hin. Ich bin... Ich weiß es gar nicht mehr. Da hoch müssen wir ja. Aber später eigentlich. Ja, ich weiß nicht. Ähm. Hm. 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 Nö. Nö. Auch nicht. Aua. Scheiße. Hä? Scheiße. Da. Komm ich denn jetzt hier weiter? Hm. 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 Was ist das? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. 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 Oh, scheiße! Soga! Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Oh, scheiße! 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 Stalker! Oh, scheiße! Gut, wir haben uns verfreit. Oh, scheiße! Stalker! Der kommt jetzt hier raus. Pass auf! Woosch! Oh, Ellie kann gar nicht abhauen! Warte mal, kann ich das noch ändern? Warte, Option... Spiel... Aber okay! Mit dem Glück waren wir noch nicht, ähm... Ja, guck! Kaum hab ich... Ah, guck... Kaum hab ich leichter gemacht... Kaum hab ich, ähm... Normal eingestellt... Dann siehste... Und du siehst... Und du siehst, dass da Munition verteilt ist... Und du siehst auch Tipps, weil ich wusste es vorher gar nicht mehr... Das hat mir vorher alles gar nicht... Also schwer ist echt... Hardcore schwer! Ich bleib jetzt lieber bei normal... Aber ich werd jetzt ja auch irgendwo durchkriegen... Warte, ich geh hoch... ...und du siehst... ...und du siehst... ...und du siehst... ... hireng Personen... ...und du siehst... Nope... Ob sie mitogan sind... Du siehst... Noch noch bad... Nimm doch mal... ...und du siehst... ...und du siehst... ...und du siehst... же увидit... ...und du siehst weg... Also ich spiele echt lieber nur mal, weil du kriegst keine Tipps und bei extremen Erbahnungslaust da... Also wenn die Tipps dann entstehen, dann vergesse ich auch meistens, manchmal. Das war's mal. Ja, da hast du ja gar nichts. Ich weiß nicht, wie du dir umbringen sollst, naja. Dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, euer Gamer from Carlos. Ciao. Ciao.